hallo leute ich bin damit der bernade und hat euch herzlich willkommen zu meinem neuen video heute habe ich für euch die iskra ogon smoker 20.000 jaja handelt es sich um eine f3 blitz baller kette mit 805 schuss und ja insgesamt 153 gramm netto masse ja wo wir nicht lang schnacken wir werden sie erst mal zünden ein fazit wie immer am ende des videos und aber wünsche ich euch viel spaß kommen wir zum fazit ja die blitz rums ogon smoker hat mir ich ganz gut gefallen ich finde wenn böller ketten endlich mal blitz enthalten macht es auch mal wieder spaß sie zu zünden dann ist es nicht so ein ja gepuffe wie es sonst in f2 so üblich ist ja die böller kette zieht auch wirklich gut durch das ja finale ist nochmal eine schöne steigerung war einziger nachteil ist natürlich das teil wirft unglaublich viel dreck und ja ich hatte auch ein paar nicht gezündete böller rumliegen ist jetzt nicht so optimal aber gehört dazu ist halt ja die kehrseite von so einem celebration cracker aber unterm strich würde ich auf jeden fall sagen es ist ein definitiv zu empfehlenswerter artikel also kaufe empfehlung vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat das video gefallen wenn die ja über abo kommentare und like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen ansonsten freut auf das nächste video und auf wiedersehen bis zum nächsten Mal